Was hieß nochmal me gusta? Es gefällt mir. Gut, sehr schön. Und no me gusta? Es gefällt mir nicht. Richtig. Und te gusta? Dir gefällt es. Gut. Te gusta el café? Dir gefällt, dir geschmeckt, dir geschmeckt der Kaffee? Genau. Ich finde das gut, dass du jetzt von selbst ein anderes Wort benutzt hast. Wir würden ja ganz natürlich sagen, schmeckt dir der Kaffee? Andersrum, falls du mal jemanden auf Spanisch fragen möchtest, schmeckt dir der Kaffee? Brauchst du gar nicht in deinem Gehirn zu suchen, schmecken, hatten wir schon schmecken oder so, ne? Dann kannst du dieses mit dem Gusta, passt immer. Also te gusta el café, schmeckt dir der Kaffee, gefällt dir der Kaffee? Te gusta la pizza? Wie wäre das auf Deutsch? Magst du die Pizza? Ja, genau. Was war denn le? Im? Richtig. Toll. Genau. Also lo ist mehr ihm, also auf N, unser Gegenstück auf Deutsch, ihn. Wohingegen le wäre ihm. Wenn ich jetzt sage, le gusta, wie würdest du das übersetzen? Ihm gefällt es. Ja, sehr schön. Ja, ihm gefällt es, es gefällt ihm. Le gusta kann aber auch was heißen? Es gefällt. Es gefällt nicht ihm, sondern ihr. Das ist da auch drin. Also das reine, le gusta, kann sowohl ihm gefällt es, als auch ihr gefällt es zu heißen. Okay? Heute machen wir eben dieses Neuere, wenn wir jetzt von mehreren Menschen sprechen. Also wir haben unsere Beispiele, war ja gerade, es gefällt mir, es gefällt dir, es gefällt ihm, es gefällt ihr. Was passiert mit mehreren Menschen, wenn es mehreren Menschen gefällt? Das gucken wir uns heute an. Und das neue Wort ist nicht le, sondern les. Mit dem typischen Plurales, was wir auch schon gesehen haben bei los. Es gefällt ihnen, wäre demnach les gusta. Es ist nicht mehr me, es ist nicht mehr te, es ist nicht mehr le, es ist jetzt les, les gusta. Klingt ungewohnt für dich, weil es ja eben ganz neu ist. Versuch mal jetzt mit dieser Information les gusta, versuch mal, es gefällt ihnen zusammenzuarbeiten, zu sagen. Les gusta cooperar. Sehr schön. Les gusta cooperar. Sehr gut. Es gefällt ihnen, etwas zu zeigen. Kannst du dich noch an das Wort für etwas erinnern? Algo. Gut. Also unser nächster Satz ist jetzt, es gefällt ihnen, etwas zu zeigen. Les gusta mostrar algo. Sehr schön. Du hast dich ganz schnell an mostrar erinnert. Das war toll. Les gusta mostrar algo. Gut. Es gefällt ihnen, anzufangen. Les gusta empezar. Schön. Les gusta empezar. Toll. Es gefällt ihnen, Spanisch zu sprechen. Les gusta hablar español. Toll. Es gusta hablar español. Prima. Es gefällt ihnen nicht zu verlieren. Guck erst mal die Verneinung, wo das noch hinkommt und dann das schwierige Wort verlieren. Sehr gut. No les gusta perder. Warum gefällt es ihnen nicht? Por qué no les gusta. Schön. Ich will wissen, warum es ihnen nicht gefällt. Ganz toll. Was heißt quieren? Nochmal zur Wiederholung. Wenn du nur quieren hörst, was kann das heißen? Sie mögen es. Ja. Oder sie wollen. Richtig. Also wir sprechen über irgendwelche Menschen. Dramatikalisch würde das heißen dritte Person plural. Also wir reden einfach über andere Menschen. Und das sind mehrere. Quieren kann aber auch heißen ihr wollt. Es ist immer noch eine neue Information. In Spanien gibt es eine andere Verbform, wenn wir von ihr und euch reden. Aber in Lateinamerika nehmen wir dasselbe Verb, dieselbe Verbform. Also das reine Quieren heißt sie wollen oder auch ihr wollt. Manchmal ist es klar, über wen wir reden. Und manchmal brauchen wir dann eben ein Hilfsmittel, um zu erklären, reden wir von euch oder von ihnen. Und da dieses Hilfsmittel, da benutzen wir eben dieses persönliche Führwort. Wenn wir von ihnen reden, dann würden wir sagen ellos. Auf Deutsch heißt das dann sie. Aber unser sie kann so viel heißen. Wenn ich denen nur sage, es heißt sie, dann das ist überhaupt nicht eindeutig. Sagen wir mal, auf Englisch wäre das, das Gegenstück wäre das they, they want. Also unser deutsches Ziel kann ja so viel heißen. Ellos quieren. Es sind mehrere Menschen, über die wir reden. Und wenn wir aber die zweite Person Plural wollen, wenn wir reden von euch oder wenn ich sage ihr, euch, dann wie verdeutliche das, dann verdeutlicht ist das, dann sage ich ustedes. Ustedes quieren. Ellos quieren ist also sie wollen. Ustedes quieren würde übersetzt heißen ihr wollt. Obwohl das verschiedene Wörter sind. Einmal ellos, einmal ustedes. In beiden Fällen benutzen wir quieren, hablan, dieselbe Verbform. Okay? Dasselbe Prinzip passiert natürlich auch, wenn ich les gusta habe. Wir haben ja gerade mehrere Sätze gemacht mit les gusta. und haben immer gesagt, es gefällt ihnen, sie mögen es, sie finden es gut. Aber es kann auch heißen, es gefällt euch. Weil es ja so viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen ellos quieren, ustedes quieren. Im gleichen Topf wurde reingeworfen, les gusta heißt ihnen gefällt und euch gefällt. Das ist eben Lateinamerika. Wenn ich also sage, gefällt es euch, wie würde ich das sagen auf Spanisch? Les gusta. Genauso. Genauso, wie wir das vor ein paar Minuten gemacht haben. Ihnen gefällt es, gefällt es ihnen. Dieselbe Form, identisch. Gefällt es euch nicht? No les gusta. Perfekt. Was war nochmal das Wort für ihr? Ustedes. Sehr gut. Und als ganz wichtiger Hinweis, wenn du das Wort ihr im Wörterbuch nachschlagen würdest, würdest du eine andere Übersetzung finden. Du würdest die Übersetzung finden, das Wort, was nur in Spanien verwendet wird. Und das ist vosotros. Und dasselbe, das war ja gerade das Wort ihr, wo du gesagt hast, hier ist es usted, ist korrekt. Dasselbe passiert auch mit dem Wort, wenn du es nachschlagen würdest, für euch. Das Wort euch. Du würdest das Wort finden, was in Spanien benutzt wird. Und das ist os. Also zwei Buchstaben os. Das ist, was du finden würdest. Auch bei jeglichen Übersetzungserbs würdest du höchstwahrscheinlich die spanische Form finden. Vosotros und os wird in Spanien verwendet. Und hier in ganz Lateinamerika benutzen wir ustedes und les. Also wir hatten jetzt me gusta, te gusta, le gusta. Und jetzt haben wir neu les gusta. Also es gefällt Ihnen oder es gefällt euch. Und was heißt, aber wie kann ich das unterscheiden? Das ist ja eigentlich nochmal, auch jetzt in diesem Fall, die Frage. Vorhin hatten wir gesagt, wenn wir nur quieren hören, kann es heißen, Sie wollen. Ihr wollt. Wie unterscheiden wir das? Wir machen ellos davor oder wir machen ustedes davor. Jetzt haben wir einen bisschen anderen Fall. Jetzt haben wir les gusta. Jetzt wollen wir ja dieses les erklären. Da müsste es ja auch eine Unterscheidungsform geben. Gehen wir nochmal kurz zurück zu le gusta, also ohne es. Einfach nur le gusta. Da hatten wir gesagt, was kann es heißen? Es gefällt Ihnen oder es gefällt Ihnen. Genau. Und dann hatten wir auch gesagt, es gibt eine Möglichkeit, das zu klären. Wir hatten gesagt, also le gusta, wenn ich dir jetzt vermitteln will, ich rede von ihm, nicht von ihr. Dann würde ich sagen, le gusta, a, l. In dem Zusammenhang hatte ich kurz gesagt, wir verkürzen a, l nicht. Das bleibt also so stehen, a, l. Und wenn ich dir erklären will, dass es ihr gefällt, zur Verdeutlichung, wenn das nicht klar ist, würde ich sagen, le gusta, a, l, ja. Das sind also zwei Werkzeuge, die wir benutzen können, wenn wir das le erklären wollen. Und genauso haben wir auch zwei Arten, das les zu erklären. Wenn ich also jetzt sage, les gusta und meine, die anderen, über die wir gerade sprechen, dann würde ich sagen, les gusta, dann wieder das a, was wir vorhin schon kennengelernt haben, les gusta, a, ellos. Damit habe ich dir verdeutlicht, ich rede von Ihnen und nicht von euch. Ja. Les gusta, a, ellos. Wenn ich aber jetzt sage, ich rede von euch, ich rede ja mit euch, ich rede von euch, dann würde ich sagen, les gusta, a, ustedes. Ja, okay. Ich sage dazu, dass die ganze Geschichte doppelt gemoppelt ist. Weil du hast les, was dasselbe ist wie a, ustedes, oder les und dasselbe ist wie a, ellos. Du hast das also doppelt, diese Aussage. Wem es gefällt, gibst du zweimal. Gibst du im schlimmsten Fall zweimal, um es zu verdeutlichen. Okay. Okay. Klingt jetzt noch ein bisschen theoretisch. Lass uns das mal ein bisschen üben. Wie würdest du... Wie würdest du... Untertitelung des ZDF, 2020